Hallo und willkommen zu einer kleinen Runde wie der Battlefield 3, aber mal was ganz besonderes, mal Knife-O-Nee und ich kann direkt vorab schon mal sagen, ich kann nicht messern und ich bin wieder nicht alleine. Ja, ich bin auch natürlich auf ein und ein Irnick wieder am Start mit dem Encel-B-Messer. Man sieht es einen Taufen vor tausend Leute. Ja, ich bin eigentlich auf den Knife-Sower gegangen wegen der Aufgabe. Hier, Fußkanate. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das ACB-90 sieht aus wie ein Brot-Messer. Oh, wie so ein komisches Messer sieht das aus. Und dann habe ich auch... Da kommt gleich drei so aus, Habs, das Ding. Ey, der Ballard! Ja, der wird... Wird direkt gleich gebannt. Noll, die sind alle drin. Gebannt! Irgendwie kann ich nicht mit... Die mit Vow-Fan, Vow-Kick und so, das funktioniert alles. Boah, warum die Dinos Hilfe bei Kill und Stryker? Kopftreffer. Mit Messer. Kopftreffer mit Messer. Ja, ich verstehe manchmal nicht, wie ich die angeblich strecke. Na, kommen wir heute hier nicht raus? So kann man diese Scheibe nicht kaputt tun. Okay. Ich renne hier nämlich nur mit Messer. Äh, damit... Gadgets... Äh, darfst du Defi nicht benutzen? Doch, darfst du Defi darfst benutzen, Heilungspack auch. Du darfst halt nun keine Waffen, sonst ein Auslassmesser. Das andere sind Gadgets benutzen, außer... Äh, außer es ist eigentlich die Sachen, mit denen wir... ... Leute anders töten. Wie viele da sind, ey. Ja, ja, ich mach einfach mal Kanateln. Wenn die nicht sterben, ist es so. Da sind sie. Ja, ja, ja. Ich wollte auch mal werfen. Leute, ich hab's gut kick, weil ich irgendwie... Hahaha. Weil wegen der Ganat. Boah, aber so viele, ey. Allverraten ausgeschaltet. Nein, 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 nein. Scheiße, warum hat's keiner von uns? Ich wurde mit Messer aufgeschaltet. Ich wurde mit Messer aufgeschaltet. Ey, früher in Bad Company 2 war das ja noch irgendein bisschen... ... anspruchsloser, weil du da ja sofort einen Hit gemacht hast aus 3 Metern. ... oder so. Ich komm jetzt hier drauf auf. Ich komm jetzt hier drauf auf. Ja, sag Bescheid, wenn du drauf bist, dann kann ich den anderen wieder rausmachen. Oh, da kommen so alle. Alter Schwede, guck dich das auf. Weil ich einmal gemacht habe. Ja, Mann, das ist nur Deune. Aber warum? Alter, gut, das ist das. Ich werde einfach so so machen. Ja, wie die uns überhaupt nicht mehr gesportet. Na, bleibt immer noch. Äh, ne, 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 ne. Wir sind überall. Boah, wir sind so im falschen Team. Boah, ich bin erster. Noll. Noll. Und der Google-Übersetzer sagt ja, noll klingt wie cool. Noll. Ich nimm mal hier nen Tuck und dann... Sprint wär auch cool. Das einzige Pör, was wir benutzen können, oder Nutz. Äh, Schutz und Nieder. Das ist nicht wirklich nicht. Nein, die sind zu tun. Ach, das ist eine, wir haben alles und wir haben. Ah, boah. 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 Obdach ich bekomme noch nicht mal hier durch, äh, Tuck und so. Boah. 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 Wie viele da sind. Wie viele da sind. Wenn die nächste Runde wieder raufkommt, können wir weiter... Oder neu aufnehmen, dann. Ich geh hier nicht runter, ich kann die vergessen. Ich hatte ein... Ich hab' da jetzt doch mal drauf gemacht. Ich hab' das mal verstanden. Ich hab' mir das nicht sofort gemacht. Ja, das ist ja nicht so. Na, jetzt mal geliked. Das ist aber lieb. Das ist aber lieb. Hä, ist wie nicht schwer zu tun? Na ja, die können auch die überleben. Ja, die können auch die überleben. Ja, die können auch die überleben. Ja. Nein, wie lange der einer über überlebten hat? Na, nein, wie lange der eine überlebende Leckon hat. Na, da war schon wenigstens ein Video. Ja, das ist aber lieb. jetzt kommen beziehungsweise die anderen nie nicht wirklich und zu verhandeln wenn man halt noch kommt und ich machen können aber und die leidung kommt wir haben nicht direkt und da war das ganze ist das ein zweiter nur noch machen würde wer dann wie in die Europäer auswählen und hier ist man auch kann weil ich merke dass hier der läuft viel erfolgreicher als man halt hat den bleibt auch bei dem heute ich komme gar nicht an die Gegner an ich weiß gerade gar nicht für die Gegner 6 zu 3 wo sind denn meine Kumpels so kommt wieder ja danke äh nein ich wollte doch keine Granate werfen bitte lass er kein Feind sein nur folgten es noch auf wird ja ich bin ich nicht nur die dort und dann ich bin klar und man muss die nächste Runde sind auf 20 Minuten Zeit zum aufnehmen schießt er schließlich aber mit der Anerkennung hat die Qualität Du Scheuer! Das Sturm war... Alter, wie das aussieht. Alle mit. Ja, ja, ja! Kacke, kacke! Was weg gemessen hat. Alter. Was gemessen hat... Was... Hey, ich wollte die... Oh, scheiße. Oh, wie ist das? Riven! Yay! Hey! Ey, kick die, Alter! Warum werden die Granaten? Die haben noch einen Schaden. Musst du vote ban oder vote kick? Ja, die ist so... Ja, der ist kurz weg. Oder so. Oh, mein Gott! Nein, lass weg! Nein! Ich bin weg! Wacht, du Scheiße, was ist das für eine Masse da vorne? Nein! Alter! Das ist ein eindeutig falsches Team. Ja, wir müssen uns erstmal sammeln. Oh, shit. Äh, ich freue mich hier, Wolf. Ich mach das. Kleiner Tipp, F und ähm... Also Dings ist, dass die Schusstaste sozusagen beides drücken. Lohnt sich. Finde ich ganz sinnvoll. Beides drücken. Beides drücken. Also beides drücken. Weil manchmal ist bei mir ein ganz normal sozusagen, wie ich schießen würde, blockiert irgendwie. Noch eine Masse. Wie, komm, da ist so mehr den Korn gelebt, denn niemand wieder. Ich muss irgendwie nicht kommen. Nein! Einmal mehr! Hallo! Das war der Herr. Es ist sehr viel zurück, den Tag. Und das war die Frage, der Herr будет. Das war das kann hervorragend. Ja, ich habe mir noch alles chciaert. Die Fakt ist in Ordnung der Kirche. Was wir kümmern, in Ordnung? Die Media ist die drüber. Da kommt man das für eine Masse. Dann fällt die Eindrücke. Nein, da geh ich nicht. Ey, komm, komm, da sind sie. Auf geht's. Oh, komm, bleib da nicht fein gesteht. Heia! Hui! Kommen, Cut! Boah, hier schießt einer in so ein Pisser. Dadurch hatte ich nur ein Prozent oder ein paar Prozent Leben und dann hat er mich umgebracht. Ja, Alter, keine Ahnung für mich. Ich will nicht sterben. Doch, du stirbst jetzt. Nein, dann ne. Nein. Lol, wie viele hinter mir her sind. Boah, warum fail ich denn jetzt immer so? Hä, warum treffe ich denn nicht? Es liegt am Team. Falsche Team. Also bei dir Spawn ist gerade nicht so gut, ne? Nee, ist nicht so gut. Ja. Ich wolle im Moment überall spawnen. Nein, das war ja schon. Nein, das war ja schon bei der Versuchung. Bin hau. Ich bin zweit, ey. Wollt, ich treff nd ich mal was. Sniper nicht kämpfen, Sniper nicht kämpfen, Sniper nicht kämpfen, Sniper nicht kämpfen, oh, Manu. Oh, ich hab' eben 8 oder 5 oder so Leute gekillt auf einmal. Also der Platz hier an der Treppe ist ganz sinnvoll. Ich hau ab, tschüss, da sind 5. Ähm, 2. Toll, von hinten gemessert. Oh ja, wie schnell ein Messer fällt. Hilfe bei Kill 12? Hä, wie das denn? Hab ich den nur ein bisschen erwischt? Ach, ich hab den neben meinem Füß erwischt. Astraeo oder so, keine Ahnung, Pisser. Hacker. Wer? Äh, ich wollte gar nicht schießen. Ich muss mein Messer auswählen. Och, wieder von hinten, ey, warum? Doch, nee, nicht. Haha, schon wieder so einer. Der will mich messern, vorne aber, und ich glaube, in dem Moment zu weg. Weiß die erste, dass du eine ganze Horde hinter dir von deinen Leuten auf einmal bist du völlig alleine. Loll, sieben Prozent, sieben Prozent, lalalalalalala, lalalalalalala. Das sah eben mit's krass aus. Auch Roman ist das krank. Das macht aber echt fahren manchmal. Ich war einmal auf so'n Server, das waren aber nicht so viele. Das ist ja daran so schwer zu bestehen, dass das knife-only ist. Weiß du oben, wenn du mal um reinguckst, wie viele da immer noch mitmachen. Ach, fuck. Ach, fuck. Der Admin schreibt das so, beziehungsweise der Autoadmin schreibt er die ganze Zeit knife-only. Was ist hallo? Ja, komm, ja komm. Hallo, trolling. Ey, der hat direkt sie genutzt. Oha. Ich blieb den rüstigen Meuchelmann nicht durch irgendwie. Hä? Medi-Pack. Jo 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 jo! Ohh... Mach kann man denn nicht diese Wetter nicht? noch keine Kids mehr oh Alter alle Toten Hauptsache ich bin es eigentlich nicht mehr weil sie unsere ganze Team oder unsere Hälfte geht auf die Los sind viel weniger und wir verlieren ja schon mit der Granate und alle Sportlärmste oder Holger Hälfte Lärmste Tausende von Projekten und es ist nicht so wichtig ja es war die älschung spottet sind wir wussten in Lassau sie machen in der Welt das war das Wort Berlin ich kann nicht besprochen weil ich bin weg hier Rettort aber auch gut Boah C4 aber es zu sagen Cosmos X und er wird die Gleichung selber geschmissen genau auch in den Titel macht auch um und erprobt an die Kasse bestimmt nicht aber im Test auf Prozent solchen Russland abgestellten schon bei sich mit dem Schreiben über die Summe auf Facebook okay die Hälfte ist ja nicht auf sich das ist der Ende ist auch große Kaufen große Kult naja von der großen Hose, nicht Hose, Hose. No. Komm doch her. Ja, Wechsel. Ich krieg keine mehr gekillt. Auch gerade nicht, fuck. Oh mein Gott, ich hab das normale Messer. In der Hand. Das ist total dumm, die Soften 1 Uhr. kann es sein dass das normale Messer besser ist 3 für mich das war ein bisschen es gibt keinen Unterschied in der Teilnahme die schießen erst mit der Pistole auf dich und dann Messer für dich mit einem Prozent und wieder her mehr ab der der Gleitende Du solltest vielleicht springen, du Folli durch. Warum messen wir denn nicht? Verhindert im Kopf! Von wo? Hm? Ja, schießt doch schön. Ach nicht, war bitte einer wieder... Wie jetzt? Er macht alles fertig, ich wollte ihn sagen. Ach! Ja, I've got an enemy soldier! Okay, los! Ja, I've got an enemy soldier! Ja, I've got an enemy soldier, over! Ja, los, oder? Wie er wegrennt! Oh, ich bin Erster! Echt? Was? Kannst du ein Punkt annehmen? Wow, da kommen sie alle! Na fuck! Ja, das ist ein Punkt! Ja, ich bin so schnell! Ja, ich bin so schnell! Scheiß! 23! Ja, irgendwie kriegt er keinen... Komero Pisa, was rennt sie denn weg? Nein, ich bin so schnell! Scheiß! Aber ja, die haben keinen Sprint, das heißt, es ist nicht schnell genug! Ja, da sind sie bei den Terminen! Oh Gott, das ist weg! Boah! Oh, was für eine Masse bin ich in die Geburt! Oh, das ist krank! Da gibt's Dingeln! Oh mein Gott! Ich bin immer noch aufkommen! Ja! Da! Ben, dann die ganze Runde! Na klein! Na ja, okay! Dein Gesicht, du! Siehle! Da hinter dir aber alle! Das ist trotzdem bei mir! Warum messert man der denn nie? Von hinten in so eine... diese Strip-Sequenz! Welche Mi? Das ist bestimmt nicht nah genug dran! Ja, aber finde ich eh nicht so toll! Da musst du nochmal zu was anderem scrollen, weil es manchmal irgendwie blockiert ist! Keine Ahnung warum! Das ist auch recht unlogisch! Vielleicht ist das Spiel nicht darauf vorbereitet, dass einen Only Knife-Server macht! Doch, ich denke, das haben die auch gedacht! Ja, weil wenn du in Bad Copy 2 gespielt hast, dann weißt du in Peter Night Only in dieser Stelle! Ah, shit! Das war mindestens jeder zehnten Leiter und so recht! Und da mal eine Granate reinwerfen! Insofern sie auch werden! Oh, ich hab jetzt wirklich einen aktivierten! Ich verwerb immer schnell, dass ich sie bekommen! Und nein, tschüss, tschüss! Ich hab einfach nicht mit euch anzulegen! Tschüss! 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 Ich sollte vielleicht mal spotten! Ich hab keinen Bock, bei dir da reinzugehen! Ey, komm mit! Echt ist keiner! Komm mit! Nein, mein M.A.V ist tot! Hallo! Hallo! Die sind doch wirklich geil! Wieso belebt mich denn Kalabiner? Ey, guck mal mich mit dem Amiga an! Nein! Und ich verdammt was aus! Teams aber ganz nah! Genau! Genau! So ist das bestimmt! Und jetzt kam ihre rein! Scheiß! 10,4! Aua! 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 Aua Io! opp! Dinn! Ich hab mal ne lustige Idee! Wir wieder recht sind! Ey, ich crowd keine Moment! ich habe eine lustige Idee will ich mal ausprobieren mit C4 und Messer weil wenn man eigentlich ein C4 legt und dann äh mit Messer macht dann müsstest du sein jetzt muss ich nicht hin muss eigentlich als Messer kitzeln ja eigentlich schon ja komm, rutschig die nein das kann nicht wahr sein wie schnell Messer werden wie gut die Messern können manche ich glaube ich auch bald noch ein bisschen das nicht müssen wenn man kann ja mit der Zollzeit drauf schießt jetzt sind die Entschwürmer verschießt hat mich das zu füllen um hier über muss man sich nicht mehr ich nehme immer in die Art des Anliegen es geht nicht kaputt wir möchten in der Welt geht das Wort du kannst auch mehr mehr wie nehmen Nimm mal ein MRW. Oh, ich hab auswärtser Rennen getötet. Ja, ich hab den Spawn-Bike kaputt gemacht. Dann geh ich einfach nur Russen einsatzfrei. Stell mir hier vorsen MRW. Hab ich? Und dann, äh, muss... Lol. Jetzt sind sie weg. Ah! Sie kommen, der! Kriegt er nicht. Man muss genau treffen. Boah. Kurz kaputt. Okay, schade. Kurz vor Schluss mal ein Headshot hier. Das würde ich mal ausprobieren, weil das habe ich letztens gesehen mit, äh, einem MRW-Panzer gekillt. Das war ziemlich lustig. 22-20. Ja, das war's mit der Runde. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt mir das ruhig. Bitte. Tschüss. Tschüss.